In den Jahrzehnten, in denen Tina Turner sich mit ihrer Musik unsterblich machte, war die Sängerin auch für andere Stars ein Vorbild. Nicht wenige Musiker ließen sich von Tina inspirieren. Jetzt trauern die Stars um die großartige Rockkünstlerin. Sie war eine wahrlich talentierte Performerin und Sängerin. Sie war eine Inspiration, war warm, witzig und großzügig. Sie hat mir so sehr geholfen, als ich jung war, und ich werde sie nie vergessen, schreibt Mick Jagger auf Instagram. Oprah Winfrey, die gut mit der Sängerin befreundet war, teilt ihre Erinnerung an Tina. Sie hat mir einmal erzählt, dass, wenn sie diese Welt verlassen muss, sie keine Angst haben wird, sondern aufgeregt und neugierig sein wird. Denn sie hat gelernt, gemeinsam mit ihrem geliebten Ehemann Erwin und ihren Freunden zu leben. Ich bin eine bessere Frau, ein besserer Mensch, weil ihr Leben meines berührt hat. Sie war wirklich einfach the best, so Oprah. Sängerin Diana Ross hingegen hält ihr Statement auf Twitter sehr kurz. Geschockt, traurig. Ich sende Tina Turners Familie und Liebsten mein Beileid. Für Mariah Carey war Tina eine Inspiration, wie sie auf Twitter teilt. Die Worte legendär, ikonisch, Diva und Superstar werden oft inflationär benutzt. Und doch hat Tina Turner all das und noch mehr verkörpert. Eine unglaubliche Performerin, Musikerin und Wegbereiterin. Für mich wird sie immer eine Überlebenskünstlerin und eine Inspiration für Frauen auf der ganzen Welt sein. Ihre Musik wird auch weiterhin die zukünftigen Generationen inspirieren. Tina Turner war echt. Sie war kraftvoll. Sie war unaufhaltsam. Sie war immer sie selbst. Sie hat ihre Wahrheit in Worten und Liedern zum Ausdruck gebracht. Durch Freude und Leid, durch Triumph und Tragödie, schreibt Barack Obama auf der Plattform. Beatles-Musiker Ringo Starr hält es kurz. Gott segne Tina Turner. Ich wünsche ihrer Familie Frieden und Liebe. Elton John schreibt auf Instagram, wir haben eine der aufregendsten und elektrisierendsten Performer der Welt verloren. Eine wahre Legende, sowohl im Studio als auch auf der Bühne. Keiner kam an sie heran. Etliche weitere Promis drücken in den sozialen Netzwerken ihre Trauer aus. Dadurch zeigt sich, wie viele ihrer Kollegen Tina Turner mit ihrer Musik und ihrer Geschichte berührt hat. Die Welt wird die Ausnahmekünstlerin nie vergessen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017